Musik 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 0, 4, 0. Wir müssen aber den Zügel raus. Spiel Nummer 47, Junge 19, David Persien gegen Jonas Röckx, Bettnummer 8, Schiedsrichter Jan Hüttelar. Spiel Nummer 45, Junge 19, Junge 19, Junge 19, Bettnummer 8, Schiedsrichter Jan Hüttelar. Spiel Nummer 45, Junge 19, 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 Junge 19 15, 8 15, 4 16, 8 16, 8 16, 8 16, 8 16, 9 16, 9 16, 9 16, 9 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 22 23 24 24 25 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 26 26 28 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 41 41 42 42 42 42 43 43 42 Applaus 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 Außerwechsel in 5.1 Außerwechsel in 5.5 Außerwechsel in 6.1 Ausdachwechsel! Hübschen! Hübschen! Zwei! Ausdachwechsel! Ausdachwechsel! Zwei! Zwei! Ausdachwechsel! Zwei! 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 Applaus 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 Tack �� Applaus Applaus Wir haben auch ein Problem, wir haben auch ein Problem hier. Applaus 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 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.